Hey Freunde was geht ab? Wir haben hier von Tropic auf jeden Fall heute einen Test die Extreme Danger eine 19 Schuss 25 mm Batterie. Wir haben eine NEM von fast 200 Gramm. Der Name ist TB168-17-1. Das ist immer sozusagen die Herstellernummer bzw. der Name von dem Artikel. Als Abkürzung denke ich mal Herstellungsjahr. Ich bin mir aber nicht sicher. 2013. Dürfte eigentlich gar nicht sein. Ich denke mal vielleicht ist das auch die Herstellernummer. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben falls ihr da was wisst. Gekostet hat sie knapp 9 Euro. Gekauft bei Rome Feuerwerk. Und ich würde mal sagen wir gehen gleich mal raus zur Zündung. Denn ich kenne die gute Stuhle auch noch nicht. Und deswegen lassen wir es mal überraschen. Also Freunde bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde wie vorgestellt die Extreme Danger. Und da würde ich mal sagen ich tritt. So Freunde wie vorgestellt. Und da würde ich mal sagen. So Freunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017